Hallo Leute Tja, es kommt fast nur sowas Youtube hier Ich habe heute auch noch mal Youtube Ich habe mich eingeschafft Ich habe gedacht, das wäre wegen einem Video über Flüchtlinge dass meine Youtube-Kanäle irgendwie mit verknüpft waren Aber der ist gespürt Ich habe heute nur 2 Striker Aber es war Wegen Copyright Es waren keine Videos Wenn ich mal Copyright Es war irgendein Idiot Den ich gepasst habe Nee, einfach nicht Also ein Youtube-Bom gedacht Ja, da kannst du heute jeden Scheiß melden Wenn du Corona machen Ganz ehrlich Ich lasse das Video hoch Ich habe Ich habe in den letzten beiden Mittwochen Genau später, aber nichts passiert Warum eigentlich? Ich habe gedacht Jetzt könnte man die Kinder sparen Jetzt ist mir alles wurscht Ich habe mir schon alles weggenommen Und habe mir schon alles kaputt gemacht Also nur zu Warum macht ihr das nicht? Es ist kaum zu fassen Das ist ein bisschen Ich merke mal Wie totalitär das Ganze Ich glaube Stangen, Mau Dann hier An Youtube Ich binp Ich bin ganz einfach Das Mal Ich bin ganz bestimmt Ich bin ganz nya Ich bin ganz verstanden Aber jetzt ist ein bisschen Ich bin ganz intensiv Du darfst nicht gegen Impfungen sein. Wir mussten dich leider dauerhaft sperren, da du gegen Flüchtlinge gegen Impfungen gemacht hast. Das sagen einem YouTube nicht. Wir haben uns glauben lassen, wir hätten Meinungsfreiheit, was wir denken. Nicht nur kleingedrückt, sondern einfach klar, dass Menschen, die nicht ihre Ansicht halten, nicht erwünscht sind. Jeder Andersdenkende, jeder der einfach freidenkt, der einfach independent thinker ist. Ein Nazi, ein Verschwörungstheoretiker. Ganz ehrlich, diese Scheiße muss aufhören. Mein deutschlander Gehirn ist am Orten untergangen. Deutschland macht zu. Wir sind auch diese ganzen Neonazitäten. Ich finde, das wäre auch bescheuert. Ich habe sogar mit Scheiße nichts zu tun. Die sind auch mit der AfD und der Trump. Ich habe auch mit allem nichts zu tun. Die sind auch nicht die Menschen, die einfach... Wenn ich in der Vergangenheit heute alles weiß, was konservativ oder christlich oder patriotisch oder zumindest antikommunistisch ist. Ich bin auch antikapitalistisch oder gesperrt. Ich bin... Ich bin auch kein... Ich bin auch kein... Ich bin auch kein... Ich bin auch kein libertärer... Wenn, dann bin ich vielleicht... Ich bin auch ein... Schip, anarchistisch aber auch lassen. Und vor allem... Eigentlich genug ist anarchokommunismus... Im Spruch oder auch anarchokapitalismus, weil... Und mein... Ohne Moral. Weil die alles machen konnten. Ganz sicher... Drogen... So was ist es erlaubt, aber... Menschen, die frei denken. Menschen, die nicht... rieren, mainstream... Die werden hier... Dann würde ich sagen, auch die ganzen... Alternative Medien sind alle noch...